Ich habe mich hier eingefunden, um spontan einen Vlog abzuhalten. Ich habe momentan nur ein Thema auf dem Zettel, aber ihr kennt mich ja, das schweift alles aber ein bisschen ab. Deswegen gucken wir mal, worüber ich quatschen werde nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen, malzahe guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Das vermutlich das letzte Jahr 2022 sein wird. Es ist kein Rückblick, es ist kein Best of Games und so weiter und so fort, weil mein Spielverhalten ist ja speziell. Sondern es ist einfach ein Vlog, um euch ins nächste Jahr, in unser gemeinsames nächstes Jahr zu geleiten. Denn ich werde auch nächstes Jahr weiter am Ball bleiben. Es gibt hier nämlich so ein Thema, dieses Video wird ja vermutlich heißen und es wurde doch alles anders. Und das betrifft mehrere Aspekte. Aber bevor wir weiter voranschreiten, erstmal ein kurzer Hinweis vom Sponsor meines Videos. Ach ne, ich lasse mich ja nicht sponsoren. Discord, wie immer in der Infocard verlinkt. Und wenn ihr Bock habt, euch da mit mir und anderen Menschen, nein, mit anderen Menschen und mir auszutauschen, seid ihr da herzlich willkommen. Wie gesagt, ihr braucht dem nicht beitreten, wenn ihr sowieso nie vorhabt, mit jemandem zu schreiben oder euch das stört, dass da immer Notifications blinken oder sowas. Aber ihr könnt dort, wenn ihr dort seid, werdet ihr nie ein Video von mir verpassen. Selbst wenn ihr mich nicht abonniert habt, weil ich dort die Videos immer verlinke. Und ja, ihr könnt euch mit anderen Menschen austauschen. Wir können eventuell für nächstes Jahr vielleicht mal so irgendwie Streamplanung nehmen, Community Gaming. Mal gucken, was da so kommt. Ich habe da noch keine Panik beschmiedet. Aber Discord, immer eine gute Idee. Außerdem, spoiler ich schon mal vorab, dieses Video, es wird sich lohnen, dran zu bleiben, weil ich etwas, im Zuge dieses, hat sich alles ein bisschen geändert, ist ein bisschen alles anders gekommen, habe ich etwas für euch da draußen, wenn ihr es dann haben mögt. Und das packe ich nicht am Anfang des Videos, ich packe es nicht ans Ende des Videos, sondern irgendwo mitten rein und verweise auch im Titel nicht drauf, damit halt, dass es für die Leute ist, die auch wirklich mein Kram gucken. Und ihr könnt euch denken, ihr könnt was gewinnen, ihr könnt was geschenkt bekommen. Bietet sich ja an, zumindest zum Erscheinungstag ist noch der zweite Weihnachtstag. Und zu Weihnachten kann man auch mal was weggeben und ich habe immer in meine Regale gegriffen und gebe Dinge weg, die ich quasi doppelt habe. So, warum sitze ich jetzt hier mit so einem unspektakulären Thema und erzähle euch von, denn jetzt ist doch alles anders gekommen. Ich habe mir mal die Xbox Series X gekauft, damit ich auch das, was da eventuell mal exklusiv erscheinen wird, spielen kann. Und dann irgendwann zog dieses gute Stück in meinen Haushalt ein, die Playstation 5. Immer noch, Gott sei Dank, dank Chriso, auch noch zum alten Preis, weil ich habe gehört, inzwischen kostet sie schon 600 Euro, weil im Bundle mit Spielen, hat mein Arbeitskollege erzählt, wollen sie inzwischen 650 Euro haben. Und ich habe 540 bezahlt mit zwei Spielen, was schon sehr geil ist. Dann ist ja irgendwann die Xbox Series X bei mir wieder ausgezogen und zum guten Hyminator, dürften einige von euch da draußen auch kennen, gewandert. Im gleichen Zuge ist die Xbox Series X bei mir eingezogen, weil ich halt schon irgendwie die Möglichkeit haben wollte, auch die Abwärtskompatibilität mit Spiele-Disks nutzen zu können. Weil ihr wisst ja, ich bin ja im Grunde auch Sammler, auch wenn ich mir jetzt bald wieder mal, also ich mir früher ungern Spiele ins Regal gestellt habe, die ich schon habe, es sei denn, ich mag das Spiel besonders. Ansonsten habe ich sie, wenn ich sie für den PC gab, für den PC gekauft. Nun ist ein Video noch gar nicht so lange her, wo ich gesagt habe, das wird sich jetzt vermutlich ändern und vielleicht mutiere ich ein bisschen zum Consolero, weil ich Raytracing nutzen möchte. Ne, diese neuen Reflektionen, verbesserte Schatten und was weiß ich, was Raytracing so bietet und das kann dann PC nicht und deswegen habe ich gedacht, wie sieht es jetzt aus, schwenke ich jetzt auf die Konsolen um und was soll ich sagen, die Leute, die mich in Social Media verfolgen, wissen es schon, ich habe jetzt sowas. Für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, Sapphire Radeon 6800 XT, ich habe mich für gehobenes Mittelmaß, also nahe an High-End bei AMD gewagt, um meinen Rechner doch noch aufzurüsten. Die Preise sind wieder ein bisschen gesunken. Die 6800 XT, ich habe da sehr viel Recherche betrieben, ist so auf dem Level einer 3080 von Nvidia, nur dass sie 3080 über 1000 Euro kostet und die hier bei weniger Geld lag. Ich weiß nicht genau, wir wollen hier nicht mit Zahlen um uns werfen und im Zuge dessen, dass ich die Grafikkarte eingebaut habe, habe ich auch mich endlich mal wieder dran gemacht, meinen Rechner abzudaten. Sprich, ich hatte mir schon vor gefühltem Jahr einen neuen Prozessor, also einen besseren Prozessor gekauft, da auch dort ist Recherche reingeflossen, weil ich wollte, also mir wurde ja schon immer vor der Nase gewunken mit dem Windows 11 Update. Aber es hieß immer, mein Prozessor sei zu alt, der 1700 X, den ich hatte, war übrigens 5 Jahre alt, also so lange hatte ich ihn im Rechner, aber der wurde nicht von Windows unterstützt. Jetzt im Zuge dessen, dass ich die Grafikkarte mir gekauft habe, übrigens bedarf das einer gewissen Recherche, weil ich mein Netzteil nicht wechseln wollte, ich wollte. So wenig wie möglich am PC ändern müssen, um trotzdem aufrüsten zu können und so von der Leistungsaufnahme, Prozessor und Grafikkarte passt immer noch, läuft alles bis jetzt auf meinem Rechner, nur hat sich Windows irgendwann verschluckt und ich muss natürlich neu installieren und im Zuge der neuen Installation hat dann Windows auch gemerkt, ach guck mal, dein PC ist ja jetzt zeuglich für Windows 11 und somit habe ich jetzt ein tolles Rundum-Paket in meinem PC mit der Sapphire RX 6800 XT, die Raytracing kann, mit dem Ryzen 7 3800X Prozessor, den ich auch schon eine Weile rumliegen hatte und dadurch durfte ich auch noch Windows 11 installieren, sprich, ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Paket aus Windows 11, neuer Grafikkarte und schnelleren Prozessor und bis jetzt bin ich glücklich. Viele Dinge laufen tatsächlich ein bisschen schneller, Spiele natürlich ein bisschen schöner und deswegen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir einige Spiele, die ich für Konsole habe, trotzdem nochmal für den PC kaufe, da fällt zum Beispiel Gotham Knights drunter, da ist jetzt im Sale Red Dead Redemption 2 runtergefallen, was ich sogar eigentlich schon im Regal habe und auch so wird es da sicherlich jetzt mal zukünftig wieder mehr so sein, dass ich mehr auf dem PC kaufe als auf Konsolen, zumindest das, was nicht exklusiv ist und was ich nicht unbedingt im Regal haben möchte. So und da hat sich mein Akku verabschiedet, ich dachte, da reicht ja sicherlich noch ein Weilchen. So, ich war dabei, dass ich manche Spiele halt trotzdem noch ins Regal stellen werde. So, wie dem auch sei, in dem Atemzug habe ich ein paar Spiele, die ich an euch abgeben wollen will. Manche werden vielleicht ganz spannend für euch sein, andere wiederum nicht und zwar aus dem Grund, weil ich die wahrscheinlich, wenn ich sie dann spiele, auf dem PC, Klammer auf, weiter, Klammer zu, spielen werde. Also spielen oder weiterspielen, je nachdem. Und ich zeige euch jetzt nur erstmal, soweit meine Kamera es zulässt, worum es sich dreht. Wir haben einmal Red Dead Redemption für die Playstation 4, also Red Dead Redemption 2 natürlich. Wir haben Grand Theft Auto The Trilogy für Playstation 4 noch eingeschweißt. Wir haben Marvel's Avengers, ich weiß, da werden sich nicht viele drum reißen, auch noch eingeschweißt für die Playstation 5. Wir haben inzwischen gebraucht natürlich Gotham Knights für die Playstation 5. Das werde ich mir, wie gesagt, auf dem PC holen und weiterspielen. Und wir haben GTA 5 für die Playstation 5, auch das habe ich mir wieder auf dem PC installiert. Und diese 1, 2, 3, 4, 5 zum Teil noch eingeschweißten Spiele, die ich im Regal hatte und nie im Regal angefasst habe, naja, außer Gotham Knights, und GTA einmal könnt ihr jetzt gewinnen. Und jetzt kommt dieser spannende Part, denn, also erstmal kann jeder nur 1 gewinnen, nicht jeder 5. Und ich habe mir nicht überlegt, wie ich das veranstalte, weil es gibt ja immer diesen Satz von mir, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, aber da es hier mitten im Video ist, werdet ihr vermutlich ein Abonnent sein, beziehungsweise ich wüsste auch spontan gar nicht, wie ich das perfekt nachvollziehen kann, ob ihr Abonnenten seid. Also Abonnent des Kanals, ihr müsst einen Kommentar schreiben, das heißt, jetzt sind die, die gewinnen wollen und immer nur am Fernseher gucken, die müssen sich jetzt mal die Mühe machen, halt am Handy zu gehen oder am PC, um einen Kommentar zu verfassen, weil ihr müsst zumindest einen Text verfassen, in dem ihr mir mitteilt, welches Spiel ihr gerne haben wollen würdet. Oh ja, das ist eine gute Idee, da habe ich Bock drauf. Also, ihr müsst einen Kommentar in Reimform verfassen, die Länge ist da egal, also ihr müsst einen gereimten Kommentar verfassen, in dem ihr mir mitteilt, welches Spiel ihr gerne gewinnen möchtet. Und das Ganze am besten so, dass man nicht sofort als Außenstehender erkennt, dass man in diesem Video was gewinnen kann, beziehungsweise, da werden ja sicherlich Namen auftauchen, die ich schon mal gelesen habe, aber wenn das völlig neue Namen sind, ja, wenn da, wenn zu jedem Spiel nur ein Kommentar kommt, dann ist es ganz einfach, dann habt ihr quasi gewonnen. Wenn mehrere Kommentare kommen, dann wird das ausgelost und Zeit habt ihr, wobei, das wird ja eh immer nur so in der ersten Woche kommentiert, aber damit ich die Nachtzügler auch mit reinkriege, Zeit habt ihr bis zum nächsten Montag, das müsste dann der, lasst mich überlegen, der 2. Januar sein. Ja, bis zum nächsten Montag, zum nächsten Video um 16 Uhr, also am 2. bis zum 2. Januar, 16 Uhr, habt ihr Zeit, diesen Kommentar zu verfassen, in gereimter Form, indem ihr beschreibt, welches Spiel ihr haben möchtet, und das so, dass man nicht unbedingt sofort als Außenstehender erkennt, dass ich hier etwas verschenke. Und dann geht ab der ersten Januarwoche, da habe ich sowieso Urlaub, geht eins dieser Spiele an euch. Wie gesagt, nur ein Spiel. Ihr könnt nicht alle gewinnen, ihr könnt nicht mehrere gewinnen, ihr müsst euch bitte für ein Spiel entscheiden. Dementsprechend noch einmal der Hinweis, GTA 5, Playstation 5, Gossam Knights, Playstation 5, Marvel's Avengers, Playstation 5, GTA Trilogy, Playstation 4 ist aber upgradebar zur Playstation 5 und Red Dead Redemption 2 für die Playstation 4 und ich glaube, auch das kriegt ein Update auf die 5. Ich weiß, es werden noch so ein, zwei Menschen rausfallen bei den Spielen für die Playstation 5, weil noch nicht jeder eine hat. So ist die Auswahl, da zumindest ist es kleiner. Ja, ansonsten, ich bin momentan recht zufrieden mit meinem Setup, also ich bin so jetzt auf Next Level, was Gaming angeht, weil ich wie gesagt Raytracing und höheren Prozessor auf dem PC habe. Ich habe die Xbox Series X, kann da alles spielen, was da kommt. Wenn ich dann will, ich habe die Playstation 5 ergattern können zu einem normalen Preis, kann das spielen. Und ich habe es geschafft, jetzt seit zwei Monaten, oder wie lange ziehe ich das jetzt durch mit Montag am Video, mit dem festen Uploadplan, komischerweise, hat das jetzt in meinem Tagesrhythmus Einzug gehalten. Nun ist nicht jedes Video so gehaltvoll wie das andere, hier so und sich hinsetzen und vloggen, ist vielleicht nicht so gehaltvoll, aber wir schauen mal, zu was ich nächstes Jahr so imstande bin, und wozu ich motiviert bin. Denn das wird nächstes Jahr so weitergehen. Vielleicht nächstes Jahr mal wieder die Games kommen, ich weiß gar nicht, wann die fällt. Vielleicht trifft man sich auch mal generell wieder mit ein paar Leuten da draußen. Vielleicht kriege ich es mal wieder hin zu streamen, weil das ist so abends, das ist immer so, hmm, schauen wir mal. Ich verspreche halt nichts. Vielleicht kommt mir irgendwann auch mal ein Trichter, dass ich montags ein Gameplay-Video mache. Das weiß ich aber noch nicht, weil eigentlich ist das so, wenn ich Bock habe, Gameplay-mäßig was zu machen, so wie SNESA, G-NESA, gehe da einfach nur anzocken, werde ich das vermutlich auf den Donnerstag packen. Aber es steht in den Sternen, wie das hier so nächstes Jahr weitergeht. Außer das ist halt montags, 16 Uhr, da kommt ihr ein vollwertiges Video von mir. Und dann den Rest der Woche kann da auch irgendwas bei sein, wie ja zum Beispiel am 24. Dezember dieses Community bewichteln. Manchmal sind da ja auch Videos außerhalb der Reihe. Dementsprechend, ja, könnt ihr euch freuen auf das, was da kommt, oder ihr tut es nicht. Wie gesagt, ich würde mich immer freuen, wenn ihr Bock hättet, am Discord ein bisschen mitzuwirken. Wenn ihr mir auf sozialen Medien folgen wollt, und wenn ihr mich als Nicht-Abonnent guckt, gerne abonnieren, weil ich habe schon einen anderen YouTuber, der immer darauf verweist, dass der Großteil tatsächlich seiner Zuschauer Nicht-Abonnenten sind. Ich glaube, das ist bei mir nicht der Fall. Wie dem auch sei, wenn ihr nicht abonniert habt, dürft ihr es gerne tun. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, weil ich ausgerechnet, sehr unwahrscheinlich, euer liebster YouTuber bin, dann könnt ihr auch auf diese Glocke klicken und euch benachrichtigen lassen, wenn es von mir ein Video kommt, was ja eigentlich nicht Not tut, weil ihr wisst, dass ihr montags so ab 16 Uhr reinschauen könnt. Ja, und ansonsten kann ich nur immer wieder sagen, ab nächstem Jahr ist mein Auto bezahlt und gehört endlich mir. Also Ende Januar, wenn ich mich nicht irre, irgendwann im Februar oder so, müsste ich den Fahrzeugbrief endlich bekommen. Das ist ja insofern spannend, als dass halt, wie gesagt, das Auto dann endlich mir gehört. Ich es nicht mehr abbezahle und dann jeden Monat die Rate, die jetzt ins Auto fließt, überhabe und beiseite legen kann, was schon ganz cool ist. Und dann mache ich wieder meine Lohnsteuer, was gleich da kommt wieder ein bisschen Geld zusammen. Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft und stelle fest, dass ich ansonsten keine ernsthaften Themen habe. Ich möchte jetzt mal ein Format ausplappern, das richtet sich dann quasi so an meine Kollegen, weil ich möchte eigentlich immer mal in unregelmäßigen Abständen, wenn es halt passt, mit anderen Kollegen zusammen ein Video aufnehmen. So wie jetzt sitzen, sabbeln, also jeder lässt seine Kamera laufen, aber wir sprechen währenddessen über Discord, über Skype oder wo man das so macht und sucht sich entweder ein Thema raus oder ich hatte halt überlegt, tatsächlich einfach die Leute vorzustellen. Wer ist eigentlich so und so? Das geisterte mir mal im Kopf rum und schon lange. Oder Person XY erzählt mir von seinem liebsten Spiel und dann geht man da so ein bisschen ins Gespräch. Auf jeden Fall hätte ich Bock, etwas mit anderen Menschen zusammen zu machen. Ich weiß, es gibt ja Podcasts und so, aber regelmäßig ist immer so, ist nach wie vor schwierig, außer dieses täglich Montags, aber regelmäßig mit anderen zusammen ist schwierig. Deswegen immer abwechselnde Personen, vielleicht unterschiedliche Themen. Mal gucken. Also wenn da draußen von euch Kolleginnen, gerne auch weiblich, ich habe ja sehr wenige weibliche YouTube-Kollegen innen, weibliche KollegInnen. Das ist auch doppelt. Ihr wisst, was ich meine. Sehr wenig weibliche Tubies in meinem Bereich. Vielleicht schauen hier auch manchmal welche rein, die mich gar nicht abonniert haben. Wenn ihr immer Bock habt, gemeinsam ein Video zu machen, darum geht es. Meldet euch gerne. Wenn es Zuschauer gäbe, die sich vor die Kamera trauen würden, um mit mir ein Video zu machen, auch gerne. Also eigentlich ist das wurscht, ob ihr schon Content Creator seid, ob ihr es werden wollt oder gar nicht vorhabt, aber euch traut, vor die Kamera zu setzen. Wer sich traut, vor die Kamera zu setzen und das im World Wide Web zeigen zu lassen, darf sich gerne mal bei mir melden. Gerne auch notfalls per E-Mail oder Discord oder sonst wo. Muss ja nicht hier im Kommentar sein. Aber dann würde ich mich freuen, wenn man mal da so ein bisschen gemeinsame Inhalte schafft. Ich sitze hier eigentlich nicht unbedingt, weil ich mich als Entertainer fühle, weil das bin ich nicht. Also es ist schön, wenn ich euch mit meinen Videos unterhalten kann. Und erfreuen und weiß nicht, was man da so sagen will. Aber ich suche auch den Austausch. Und deswegen bietet sich dieses Format mit anderen Personen an. Und da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn da auch mal ein diverseres Klientel zustande käme. Was nicht heißt, dass ich meine YouTube-Kollegen nicht mag, aber das sind halt eigentlich alles weiße Männer in meinem Alter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, der eine andere Nationalität hat, eine andere Hautfarbe, ein anderes Geschlecht oder dessen Geschlecht nicht definierbar ist. Ihr wisst ja, was es heutzutage alles gibt. Gerade mit solchen Menschen, vielleicht könnte man vielleicht sogar spannendere Gespräche führen außerhalb des Gamings, wo man mal hinter die Fassade deren Alltags blickt. Ihr wisst schon. Ich will mich hier nicht in Aussagen verstricken, aus denen mir nachher ein Schreck gedreht werden könnte. Aber tendenziell stelle ich fest, klar, auch in meiner Abobox, ich habe eigentlich nur weiße Männer meines Alters sozusagen. Aber wie dem sei, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, entweder stellt mir euer Lieblingsspiel vor, kommt mit einem Thema. Wenn ihr generell Bock habt, wie gesagt, euch vor der Kamera zu zeigen, mit mir mal zeitlich begrenzt ist es nicht, dann haut das gerne in die Kommentare. Schön wäre es natürlich, wenn ihr in irgendeiner Form irgendwie ein Mikrofon zur Verfügung hättet, das nicht nur das Handy-Mikrofon ist. Kann ich zwar notfalls auch noch bearbeiten, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten, jetzt muss ich liegen, kann ich euch nur einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter, bleibt mir erhalten. Ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden. Ich hoffe, dieses Video war nicht zu langweilig. Vielen Dank für eure Aufwachsamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses Video so konsumiert habt. Das nächste Video wird sicherlich wieder spannender. Vielleicht ist das ja auch spannend. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht so richtig beurteilen, was für euch da draußen interessant ist, abgesehen von neu in der Sammlung. Das definitiv. Wenn es um die Switch geht, kommischerweise auch oder um Konsolen. Wie nur was sei. Tschüss. Bis zum nächsten Video. 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 Vielen Dank.